so willkommen euer blaze mal wieder ich habe wohl den ersten bosskampf dann wie auch immer ein intercept wie auch immer man das nennen mag freigeschaltet wir werden jetzt uns gegen den gravewalker stellen und schauen was er kann oder was der dungeon kann was auch immer das ist wir gucken uns das jetzt erstmal an mal schauen ob wir das alleine machen müssen oder in der gruppe sieht stark nach einer gruppe aus und deswegen gehen wir da einfach mal gemeinsam kurz rein start in fünf das ist die klassische vier mann gruppe und jetzt ist es sieht auf jeden fall schon sehr episch aus jungs schauen ob sich das hier alles so rentiert ok es sieht sehr geil aus es sieht wirklich sehr geil aus wenn du da hochkampf hast dann weiß ich nicht wo er dann hast du irgendwie das ist was falsch mit dir ich weiß nicht ob wir den letzten tank haben jetzt kommen noch apps auch nichts aushalten ich hoffe wir kriegen noch ein bisschen munition und jetzt haben wir hier echt ein problem was soll ich noch nicht was die grünen zahlen bedeuten so ich muss mich aufpassen es kommt explotions ich glaube wir müssen da auf die Mitte schießen Ich bin ja derjenige der kein Anfrohr hat auf die Fische Er war nur kurz gestern scheinbar Was ist denn der Erdster? Okay come shit Okay Ohohohoho Jetzt sind wir noch immun. Warum? Ah! Ich muss die Dinger komplett schießen. Ich habe den Schild verloren. Ich glaube, es geht jetzt noch ein bisschen hin. Hier sind ein paar rockets. Ich bin nicht getroffen. Ich hoffe, ich habe hier irgendwie ein bisschen Munition zusammen gekriegt. Boah! Aua, Alter! Boah! Bühne, Alter! Bühne! Bühne! Bühne, Alter! Bühne! einfach mal unter ihnen stehen sehr immun also fünf minuten Wo siehst du denn du einen Timer hier? Ach, da oben! Oh, aua, Alter. Ja, er kommt immer auf mich, Alter. Wo ist der Tank? Ja, er ist auf der Schwachstelle drauf. Oh, aua. Auf jeden Fall ein sehr lustiger Fight. Fight. Hmm, hmm, epic, epic Loot. Hmm, hmm. Oh, der Hedgehammer, hmm. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach so, da unten steht's ja. Tschüss. He he boy. He he boy. Den Bunnycoat. Wie komme ich jetzt hier raus? Ach so. In 13 Sekunden. Ich will gerade ausrasten, ausrasten, sag ich ausristen. Hm, hm, hm. Ach komm schon! Ich will gerade ausrasten, sag ich, ausrüsten. so den gibt es noch im hard mode gehen wir auch gleich mal direkt rein ich weiß gar nicht ob das warte mal ne hard mode war ach so das sind andere ok gib mir loot ja das war unser erster dungeon oder bosskampf ich hoffe es hat euch gefallen ja wir hätten ein bisschen schwerer sein können vielleicht waren wir auch ein bisschen overgeared ich habe keine ahnung ein bisschen schwerer sein können obwohl noch ein bisschen viel schwerer sein können aber gut steriles land abfahrt so von daher sehen wir uns vielleicht zum nächsten bosskampf haben und tschüssel tschüssel